Reaction Boss Heinze hier. Ich bin sauer. Ich war am Wochenende in einem schönen Discounter, einer von denen fielen mit den vier Buchstaben. Und bin da so am Einkaufen und hab mir gedacht, Mensch, da gibt's ja mal was, was ich schon lange nicht mehr hatte. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Schokodatteln in Zartbitterschokolade mit ganzer Mandel gefüllt. Hört sich gut an. Hat die schon lange nicht mehr. Lecker, 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 lecker. Ja, der Geschmack darauf ist mir vergangen, als ich das Ding aufgemacht habe. Das ist eine Pappverpackung und so weit, so gut. Eine Pappverpackung. Alles okay. Aber dann war innen drin mal wieder eine transparente, anscheinend nicht zu recycelnde Kunststofffolie, wo dann im Inneren wieder in dieser Plastiktüte die Datteln einzeln verpackt waren. Und da hab ich mich gefragt, warum? Und das regt mich einfach auf. Ich mein, ja, frisch sind sie. Das sollen sie auch sein, das ist anscheinend auch der Anspruch der Kunden bei einem Discounter mit den vier Buchstaben. Aber im Jahr 2022, oder komm her, das ist immer großzügig, weil seit wann sind die auf dem Markt seit 2020? Da sollte sich doch auch mal ein bisschen rumgesprochen haben, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, ein bisschen weniger Plastik irgendwo einzusetzen. Also die große Folie rundherum, die kann man sich sparen. Oder man macht die nicht einzeln verpackt in eine große Folie. Aber so wie das Konstrukt jetzt ist, nee, ist einfach Quatsch. Ist unnütz. Zumal wir als Verbraucher von außen das wieder nicht erkennen können. Und dann, wenn man das immer dann auch so sieht, dass wir da mit der Kakao-Allianz da irgendwas umweltschutz- oder arbeitsschutztechnisch irgendwie machen wollen, das passt nicht. Also Finger weg davon. Lass es einfach im Regal stehen. So lecker sie auch schmecken, aber da kriege ich Puls, wie ihr hört. Da kriege ich echt Puls. Man muss sich das mal überlegen. Die Verpackung ist was Pappe. Das kann recycelt werden. Wahrscheinlich auch wieder zu 100% in einem Land wie Deutschland. Überhaupt kein Thema. Aber der ganze Scheiß-Kunststoff ringsrum. Da war nichts drauf, von wegen gelbe Sack oder sonst irgendwas. Oder Recycle-Feech. Nichts. Da steht noch nicht mal mehr was drauf. Also sollte man es wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr in den gelben Sack, beziehungsweise in den doch gelben Sack mit der grünen Tonne reinpacken. In den grünen Punkt, gelben Sack, so rum. Beziehungsweise das ist dann wieder für die thermische Verwertung, für das thermische Recycling vorgesehen oder wie oder was. Oder wie muss man sich das vorstellen. Das ist unfassbar. Ich kriege Puls. Ich habe Puls. Je länger ich darüber rede, umso mehr Puls habe ich. Was soll das, bitteschön. Das Schlimme als Beobachtung ist, dass es nicht einfach nur die Brot und Butter gut und günstig Geschichten betrifft, sondern auch der Hersteller, der nicht nur die Kinder froh, sondern auch die Erwachsenen froh macht, hatte mal oder hat wahrscheinlich immer noch so kleine Burger im Angebot. Das sind natürlich keine realen Burger mit Fleisch und allem Kram, sondern es ist einfach nur Süßkram. Aber da war es genauso. Da hat man die große Plastikfolie und jeder einzelne Burger war auch immer noch einzeln verpackt. Und, damit es auch gar nicht auseinanderfällt, war in jeder kleinen Einzelverpackung immer noch so eine kleine Schale drin, wo der Burger drin war. Also von den 250 Gramm Tütengewicht war im Gefühl 200 Gramm nur Plastik und 50 Gramm nur Lebensmittel zum Essen. Was soll sowas? Wer ist die Zielgruppe für sowas? Kinder? Kinder ist das wahrscheinlich völlig egal. Die Erwachsenen kaufen doch den ganzen Krempel. Wir als Erwachsene unterstützen doch so einen Mist. Und alle wundern sich, warum es mit der Erde so aussieht, wie es gerade aussieht. Es ist unfassbar. Aber lasst die Finger weg von diesem Zeug. Kauft es einmal, macht euch einen Unmut, Mut, Luft, wie auch immer. Aber so ein Scheiß, ey, lasst die Finger davon. Und ihr, liebe Hersteller, falls ihr das hört, ihr könnt das besser. Wenn ihr schon Gourmet auf dem Titel stehen habt, dann bitte auch nur Gourmet-mäßige Verpackung, die ein bisschen auch was mit Umweltschutz am Hut hat. Wie wäre es denn, wenn die zweite Plastiktüte aus Papier wäre oder die erste vielmehr aus Papier wäre? Ja gut, kann man nicht durchsehen. Aber was sieht man denn? Man sieht ja nur wieder eure einzelnen verpackten Dinger. Himmelargenzwillen, das muss nicht sein. Bis mal wieder.